Das musst du erschaffen. Wenn du das nicht erschaffst, wirst du immer in Angst leben. In Indien sagt niemand einfach Nein. Sie werden Nein, 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 nein sagen. Die Angst, dass der Teufel hereinkommen könnte, wenn du die Türe schließt. Kann ich zu irgendjemand für irgendetwas Ja sagen? Ich hatte eine Frage. Wie lernen wir Nein zu sagen, wenn man weiß, dass etwas wie zum Beispiel Ja zu sagen sich nachteilig auf uns auswirken würde, aber dennoch... Du musst eine WhatsApp-Nachricht verschicken. Nein. Denn bei mir kommt es oft vor, dass ich Nein sagen möchte. Aber wenn ich daran denke, was die andere Person empfinden würde, neige ich dazu, Ja zu sagen. Also wie verhindern wir das? Ich weiß, in welchem Zusammenhang du fragst. Nein, nein, nein. Nein, 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 das meinte ich nicht. Das meinte ich nicht. Ich wollte sagen, kleine Dinge im Leben, dies und das. Aber ich habe Leute immer ermutigt, Ja und Ja zu allem zu sagen. Wenn ich frage, Ja oder Nein? Leute um mich herum sagen immer, Sadguru, es ist immer Ja. Sag uns was. Damit du also zu allem absolut Ja sagen kannst, ist es wichtig, dass du eine Atmosphäre der Integrität und des Vertrauens schaffen musst. Wenn du eine Atmosphäre der absoluten Integrität unseres Vertrauens schaffst, können wir alle absolut Ja sagen. Wenn wir wissen, dass niemand unser Ja missbrauchen wird, können wir alle hundertprozentig Ja zu allem sagen, nicht wahr? Danach sollten wir streben. Wenn es schon nicht auf der ganzen Welt möglich ist, dann müssen wir zumindest kleine Kreise schaffen, in denen wir Ja sagen können, ohne dass es ein Problem gibt. Niemand missbraucht ein Ja. Sehr wichtig, sehr wichtig für die gesunde Entfaltung von jedem Leben ist, dass du zumindest einen kleinen Kokon des Lebens um dich herum brauchst, in dem du ein absolutes Ja sein kannst. Unvoreingenommen kannst du ein totales Ja sein. Das musst du erschaffen. Wenn du das nicht erschaffst, wirst du immer in Angst leben. Ausgenutzt werden ist eine Sache. In Angst vor Ausnutzung zu leben, ist tatsächlich schädlicher als Ausnutzung an sich. Wir schaffen heute also eine Welt, in der... Nun ja, dafür gibt es auch Gründe. Dafür gibt es auch Gründe. Ich versuche nicht, in einer utopischen Welt zu leben. Ich weiß, wie die Welt ist, aber ich sage, du musst deine eigene kleine Welt schaffen, in der du Ja sagen kannst. Ohne Konsequenzen für das Ja. Das ist wichtig. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir immer in... Mauern leben. Nein ist die Mauer, ist es nicht so? In Indien sagt niemand einfach nur Nein. Sie werden sagen Nein, 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 nein. Ist euch das aufgefallen? Es passiert nirgendwo sonst, nur in Indien. Nein, 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 nein. Sie glauben, ein Nein wird sie nicht aufhalten. Nein ist eine Mauer. Ja ist ein Durchgang. Ist es nicht so? Wenn du deine Tür öffnest, könnte ein Teufel hereinkommen, oder das Göttliche könnte hereinkommen. Die Angst, dass der Teufel hereinkommen könnte, wenn du die Tür schließt, hast du die Tür auch für das Göttliche geschlossen. Was für ein bedauerliches Leben, ja oder nein? Du hast nicht nur deine Tür vor der Negativität verschlossen, sondern du hast deine Tür vor allem verschlossen, weil einmal etwas Negativität durch deine Tür kam. Tu dir das selbst nicht an. Sobald du hier lebst, gibt es selbstverständlich Gefahren des Lebens. Aber weil es Gefahren für das Leben gibt, wenn du dem Leben alle Möglichkeiten verschließt, wird das ein sehr unsinniges und trauriges Leben werden. Die Mauern, die du baust, zur Selbsterhaltung, sind ebenfalls die Mauern des eigenen Gefängnisses. Wenn du heute eine Mauer baust, um dich selbst zu schützen, wird das nach einiger Zeit dein Gefängnis. Ist das nicht so? Also, nein, 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 nein. Du hast eine Mauer um dich selbst gebaut. Kann ich Ja zu jedem und allem sagen? Nein, das ist nicht möglich. Wir haben immer noch nicht diese Art von Welt geschaffen. Das ist zu hoch da oben. Deshalb musst du zumindest eine kleine Welt erschaffen, in der du Ja sagen kannst, ohne Konsequenzen. Sehr wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.